Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Von Katie Price getrennt? Coral Woods macht eine klare Ansage. Coral Woods spricht Klartext. Im Juli 2020 machten er und Katie Price, 44, ihre Verlobung öffentlich. Mit dem Reality-TV-Star ging das einstige Boxenluder sogar die achte Verlobung ein. Schon seit Wochen kursieren allerdings immer wieder Trennungsgerüchte um das Paar. Katie wurde sogar ohne ihren Verlobungsring gesichtet. Doch gehen die beiden tatsächlich getrennte Wege? Im Netz machte Carl nun eine klare Ansage. In seiner Instagram-Story ließ der 33-Jährige eine regelrechte Tirade los und zeigte unter anderem Katie. Schaut, hier ist sie. Ich bin immer noch in dem verdammten Haus. Warum verpisst ihr euch nicht einfach alle, wetterte Carl. Von den negativen Schlagzeilen über ihn hat der Britte offenbar die Nase voll. Ich bin derjenige, der an vorderster Front steht, ich ertrage den Scheiß und ich bin derjenige, der ihr hilft, niemand sonst, stellte er klar. Ihm zufolge kann Katie wohl auch froh sein, ihn zu haben. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you. Thank you. Vielen Dank.